...einen Song-Contest gegeben. Vor sechs Jahren der absolute Höhepunkt mit dem Sieg von der Serzab. Vielversprechend ist auch der diesjährige Beitrag. Türkei setzt nämlich auf eine tanzbare Pop-Nummer mit orientalischem Einfluss. Die Sängerin ist 24, in Belgien aufgewachsen und hat dort in der flämischen Music-Star-Sendung einen Plattenvertrag ergattert. Weil ihre Eltern aus der Stadt am Bosporus kommen, also aus der Türkei, singen sie nicht für Belgien, sondern für Türkei, das ist Hadise mit Düm Tek Tek. Türkei, Startnummer 09. Türkei, Startnummer 09. Türkei, Startnummer 09. Türkei, Startnummer 09. Türkei, Startnummer 89. Türkei, Startnummer 02. Musik 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 Musik